Musik Hallo, jetzt wollen wir Maxi und ich zusammen mit euch zu Hause ein kleines Lied singen. Wir fangen sofort an. Wir müssen uns noch aufwärmen. Stimmt, wir müssen uns alle noch aufwärmen. Okay, Maxi, los geht's. Wärmen wir uns auf, ganz locker. Können wir uns da ausschütteln. Jawohl, super. So, wenn wir jetzt verstehen, stellen wir uns mal vor, wir haben einen ganz schweren Ball in der Hand. Dann atmen wir ein und ich schiebe dir den einfach rüber. Mach mehr Geräusch. Und mit dem Fuß können wir den auch kicken. Jawohl, okay, wir schütteln uns nochmal aus und dann könnt ihr alle gleich mitmachen mit diesem Rhythmus. Jawohl, Maxi, guck, dass wir nicht schneller werden. Und wir bleiben immer noch gerade stehen. Bam, 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 bam. Jetzt eher. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Dan, dan, dan. Dan, dan, dan. Jawohl, okay, schüttel dich nochmal aus, Maxi. So. Jawohl, wunderbar. Jetzt versuchen wir mal unseren höchsten Ton, den wir kriegen, von ganz weit oben zu greifen und mit in die Tiefe zu nehmen. Ich mach's einmal vor. Stopp, 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 stopp. Also das reicht jetzt mal hier mit dem Singen. Es wird Zeit für einen neuen Beat. Und jetzt lernen wir den neuen Beat und ich hab mir wieder eine Eselsbrücke ausgedacht. Und zwar, bitte die kaputte Katze. Und ich mach's jetzt einfach mal vor und ihr könnt einfach einsteigen und mitmachen. Los geht's. Bitte die kaputte Katze, bitte die kaputte Katze, bitte die kaputte Katze, bitte die kaputte Katze. Und alle. Bitte die kaputte Katze, 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 bitte die Katze. Jetzt nur noch flüstern. Nur noch der Maxi. Yeah, das ist unser Beat und jetzt hören wir uns das doch mal einfach mit unserem Song zusammen an. Und jetzt geht's auch schon los. Seid ihr bereit? Ich bin bereit. Los geht's. One, two, three, four. Laut und ploppen. Letzte Runde. Ja, das habt ihr auf jeden Fall richtig gut gemacht und ich denke, als Bonus können wir nochmal einen neuen Beat probieren. Und zwar ist das meine letzte Eselsbrücke für euch. Und zwar, Bernd das Brot kauft ein Busticket. Ich mach's euch mal vor und ihr könnt mal wieder einsteigen. Bernd das Brot kauft ein Busticket. 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 Schön ploppen lassen. Bernd das Brot kauft ein Busticket. 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 Das Brunnen kauft ein Bustig-Kat-Piech. Das habt ihr richtig gut gemacht. Richtig super. Ich denke, wir sind jetzt bereit für unseren finalen Song. Yeah! Okay, los geht's mit unseren drei Rhythmen. Der erste Rhythmus, der erste Beat, Pizza-Katze. Der zweite Beat, Bitte die kaputte Katze. Und unser letzter, der dritte Beat, Bernd das Brot kauft ein Busticket. Los geht's! One, two, three, four! Und alle! Bernd das Brot kauft ein Busticket. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020